90 ein bisschen wir haben jetzt in keinem ich habe ein Ding in der Börse wollen wir erst mal sowieso vielleicht nicht gehen weil ich es mal keine AG machen weiter oder ja die MSV will Florian Frommelwitz und Benjamin Förster verlängern ist manchmal immer so da geht's schon weiter mal gucken wir irgendwas interessantes also wir sehen hier Barry geht von Manchester City zum FC Bayern für 5,8 Millionen und Diego von Wolfsburg zu Atletico Madrid ich denke mal die haben den dann endgültig gekauft die Kaufoptionen gezogen und die markieren nach Astro so dumm dass Wolfsburg in echt nur 9 Millionen Kaufoptionen gemacht hat haben die? ja ja aber Diego ist eigentlich, finde ich auch nicht mehr so gut bei Bremen war der ganz gut ja aber trotzdem, der ist doch mehr als nur 10, 9 Millionen wert das ist so eine Verschwendung von Wolfsburg gewesen ich glaube für 30 oder so gekauft oh, der ist auch, der ist billig aber wirklich der verlangt weh was geht denn mit dem? sonst ist der doch am Anfang immer übelst teuer glaube ich nicht, haben ihn noch nie geholt aber unsere Mannschaft verstärkt sich dieses Jahr richtig so gut so also jetzt nur mal als kleine Info bald werden wir natürlich dann auch andere Spieler ähm, jetzt spielen wie zum Beispiel, keine Ahnung Simps Simps, ja bei Minecraft haben wir sogar auch schon Server müssen wir nur noch ein bisschen ein paar Dinge anstellen, ja aber nur jetzt so als Info ob wir absteigen werden wir werden diese Saison nicht absteigen ja, ne da das was kann nein, ich mein, bei der Reserve machst du nicht absteigen aber wir haben die, die sind gut, die sind ja ja, ne geh ich mach lieber, wir werden aber die spielen die Spiele fünf Minuten ja, dann mach bei beiden wir werden nicht absteigen ja, ok ok wir werden sehen nochmal ein Brandswehr mal gucken nein weil der wird meistens gut Leipzig ah, mit dem haben wir machen wir auch immer langen Stand das machen wir gerade irgendwann vielleicht jetzt wir haben jetzt 50 Abonnenten vielleicht stellen wir dann also zu dem Zeitpunkt vielleicht ist es noch mehr weil vielleicht stellen wir den Stand zum, ähm also so, der Luis ist jetzt mal ganz gut weg weil, äh, bei den, wir sind gerade bei ihm bei ihm klangt jetzt das Telefon naja, dann sind wir jetzt mal kurz hier zu zweit antwortet jemand von aus? ne? na, ok naja, machen wir immer weiter Christian Panda ja, geben wir ein verbessertes Angebot ab ach komm so ja, und jetzt muss ich mal ganz gut checkt jetzt halt die mit dem Luis alleine und viel Spaß ja, ähm also falls Max das jetzt mal nicht gesagt hat vielleicht zum Download freistellen ja, wie gesagt, ähm mal eben richtig hinsetzen, tut mir leid, tut uns leid ich denke, ihr versteht's ok, ähm, ups ja, ähm schauen wir nochmal die Infrastruktur Struktur an schwieriges Wort können wir hier auch mal 5 machen Toiletten auch 5 Stadionheft, äh, machen wir mal 500 machen wir auf Hochglanz verkaufen 4 Euro lalala für die müssen wir natürlich was live in Spielraumkleider können wir ausbauen 2 ok Kooperationsverträge mit dem FC Bayern haben wir ja einen und und machen wir mal weiter na, naja und hallo Max, wieder da wieder da hoho, jo, hallo, möchtest du, uuh, ich hoffe, du hast hier nicht zu viel Ärger da gemacht? hat man für 17 Millionen gekauft, aber sonst das ist kein Problem ok haben wir nur 12 ja, hier hat er eine Freigabe am Abstieg kriegen ist ja immer nur dahingestellt, ob die das machen also, ob sie sie ziehen ja, mein Freund erspielen, geben wir den gleich Rabatt, 85 Prozent hm ja, macht das erste, das gibt auch Plus ja, kein Problem bei ihm du n ist ein Glücksgröße Yepiya Yei Yerry oh un ich glaube, der heißt Rusch und ist erster Rouge das ist erster Rutsch n na, ich dachte durch den anstreichen wie ich will, oder? nö, erlaub ich dir aber nicht ok g ja, Problem bei ihm ich bin froh ähm ja ah ja, Kooperationsvertrag in dem Moment solltet ihr lachen ja und auch nicht Moritz Schaaf ne egal, irgendein gehen für zweite Mannschaft oder so nein, vielleicht kommen da noch bessere drauf, mach erstmal nicht die Stimmung ist eh zehn von zehn die lieben uns oder so süß ja, irgendwas wollte ich doch gar nicht machen und dann kann Max Hallmann haben ja alles versorgt Ach ja, mit ihm? Na, bin ich schon. Ja, ist da so ach ja wir brauchen wir denn nicht? äh wir brauchen nicht Daniel Brosinski Fried ähm ne, Hamburg und dich nicht, du bist das ist echt zu schlecht du bist Bochum, den nämlich auch nicht Spielagent guck mal, Richtig, dass ja ah, nein Gart Goran na, ey, oder, ja, doch, mach mal den müsste auch noch wollen, oder? ne, alles ey, dann mach einfach mal weiter, dann da hatte ein, oder ja, dann will ich es dir ich will, du mal, ja, 500.000 ey, komm bitte geweckt, du mein, boh, denn, ist sehr schlecht, ey wie ein echtes schlecht ist das schon wieder der zweiten Liga, glaube ich ja, nein mhm, doch ja, vielleicht kommen da noch Angebote, jetzt mach weiter maybe mach weiter geht dann gut und bei ihm, wie finde ich den Nolan ruhig schlässlich also Nolan, falls du das Video guckst, tut mir leid ich kann doch gar kein Deutsch kann doch sein in Frankreich lernen die Lauer Deutsch und wir lernen hier Frankreich Zürich die lernen da doch kein Deutsch, zumindest nicht, oder? klar oder doch, die wollten ja ein Austausch mit unserer Schule so machen für ne Woche dann denk ich mal, können die auch Deutsch, naja, egal zum Schluss noch eine Regelfrage ich hab neulich mit ein paar Kollegen gespielt, ob ich im Stand ich stand im Tor und habe einen Abschlag direkt verhandelt hä? dann gab es Streit, ob das Tor gilt ja, mit wem du gespielt hast hast du gerade gesagt, du hast mit deinen Kollegen gespielt ach so, halt mal ok ein Abschlag also ist das kein ein Abschlag ist außer Hand also reguläres Tor ooooh hätte sie nicht gewusst na hätte ich gewusst nein nicht wahr ich glaub langsam, der mag mich nicht mehr ja, wollen wir, oder? ja ja mein Gott kannst du ja eh alles bestimmt sein oder hat sie mal ein Land also wenn er nach Duisburg geht, ist er ein Idiot und jeder will nach Duisburg oder auch nicht Christian Panda, der Freistoß gott in Duisburg, wer hat dir das erwartet? ähm Kapitän ist bei ich guck mal, war freischtes auf der Panda 83 immer ähm 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 die Gamersprache die die MSV Fans sind begeistert springen sich die Gegend ja, wir wollen noch was sagen, und hier auch zu unseren aktivsten Abonnenten, das sind einmal Summer Deep LP ähm ja zum Beispiel, dann gibt halt auch welche, die immer, ähm ähm also er zum Beispiel, er macht eigentlich immer Contara, aber es gibt auch noch andere, ähm wir also wir hören auch oft eigentlich eher über PNs Lob also ihr könnt das auch lieber unter die Kommentare schreiben, ist cooler dann sehen wir das direkt und nicht immer ähm als PN als Privatnachricht welche Wünsche an für die zweite Mannschaft haben wir? den Sinn und fragen natürlich auch unter das Video am besten wen? für welche Position? für einen für die zweite Mannschaft so so was sie haben Frauen aber der darf nicht zu drühen oder müssen zu drühen Azzuto Manu ich mag ja Bahner Füger Martip Zolaia einfach eine zweite wir holen alles von Schalke hier, zwei Jahre zweite Mannschaft aber das ist ehrlich so beim Manager, ähm dass man richtig viele von Schalke leihen kann auch die ihnen echt eigentlich viel besser sind ja das geht ja bei mehr jetzt nicht das sind ja auch schon jetzt wieder 700.000 meine ich Peking Kastrate und Flam oder? nein, nein, nein die sind beide scheiße die Kompel Kali weg ja Juhu ne, wir spielen auch mal gegen Stabels, da haben wir, oh der ist aber rouge ahja, rouge ich das gehört das sagt man nicht Probe trennen ich hab mal guck mal wie der war Scheiße Nein Oh nicht gesagt Ich dachte sehr gut Der hat nen Bart Hä? Toll Fatsch Fatsch Egal In der Code Ränder macht schon alles richtig Mhm Wahrscheinlich Fan-Belieu-Personen-Nationen Nee, 2020 Perfekt 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 Oder? Ja, wir sind ein Fan von Frauen-Swoopsport Nicht Warum hast du das mal gesagt? Chlo Jura steht da jetzt unter Vertrag Ah, Bart Bartram haben wir nicht bekommen, aber naja Ja, gehen wir dem die Elf 22 Ja, ok No Pressekonferenz Aber noch 6,5 Millionen und eine richtig gute Mannschaft eigentlich jetzt Dresla Jura Türe Panda alle drei Schalker an der Tür habe ich gesagt schade Patrick Herrmann ist nicht so leuer ne, darum nehmen wir lieber Türo weil jetzt nicht natürlich zu füchern Jura der Wechsel für drei Jahre zu meinem Sohn ist der neue Rekordtransfer insgesamt haben die Verhandlungen da mit zwei Wochen gedauert Sonnenschein und Wolkenfrei in Duisburg Fortberechnung Sofo, ich habe schon mal gesagt Sofo Dieses Jahr werdet ihr natürlich auch öfter den Textmodus sehen Ja, also wir wollen jetzt gegen starke Gegner halt auch den Textmodus machen aber viele von FM12 oder den vorherigen Versionen haben auch oft das 3D Spiel benutzt aber wir finden Ja, es dauert zu lange und es wurde zwar jetzt von 11 auf 12 sehr verbessert aber wir finden es einfach immer noch zu schwach und zu ja, zu schwach und zu unrealistisch früher war es zwar so, dass sie aufs Tor gelaufen sind na, aufs Tor gelaufen sind und dann zurückgepasst haben ist jetzt nicht mehr so oft manchmal noch, aber eigentlich fast gar nicht mehr aber trotzdem sind dann oft noch unrealistische Szenen zum Beispiel der steht mit dem Rücken zum Tor dann dreht der sich innerhalb von einer Sekunde und schließt den irgendwie einen genauen Winkel Ja, zwar nur verloren naja, wir hoffen, dass es beim Saisonstart ja, wir haben im DFB-Pokal dann alles geändert Ja Wurak-Chan-Kund zu Carl Zeiss Jena Herzlichen Glückwunsch Wijnaldum nach Bayern Och, John Terry für 18 Millionen nach Chelsea Ja, von Chelsea Mal gucken Ja, da machen wir halt wie immer schon wie letztes Jahr meine ich, haben wir es auch so gemacht machen wir immer so Lauftraining Dann springen sie, oder? Ne, wir machen doch immer Lauftraining erst 30 Minuten dann Passübungen Ja, ja Acht ausgeschieden Toll, jetzt fliegen ich doch Letztes Jahr meine ich, waren viele da Weiß ich noch Aber wir nehmen immer den Besten Dann hat einer in seiner Privatnachricht geschrieben dass er dumm ist dann den Besten zu nehmen Aber der hat ihn dann einfach verdient Und der hat, und der hat auch oft gehatet der Typ Aber ich glaube er hatet immer noch weil es gibt einen Hater eigentlich noch so